Die schwangere Katja Hessler wurde von ihrer Frauenärztin an die Gynäkologie überwiesen. Begleitet wird die werdende Mutter von ihrem Ex-Mann Steffen, der eigentlich in ihrem Leben nichts mehr verloren hat. Ja, danke, dass du mich hergebracht hast. Wenn du magst, kannst du ruhig deine Arbeit dich wieder mitnehmen. Okay, kommst du klar? Ja, ja, ich komm klar. Mir wird ja hier schon geholfen. Sind Sie nicht der Vater? Nein, nein, nein. Achso, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann würde ich Sie gleich direkt auch die Ärztin vorstellen. Hier. Perfekt. Ich bin gerade hier, klärt das erst alles. Wir sehen uns gleich. Ja, wir kommen sofort. Was machst du denn hier? Was denn? Sie bloß zu, dass du Land gewinkst. Boah, bleib mal kurz. Wie dreist es hier aufzutauchen? Bleib mal ganz locker. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich hab sie nur hingefahren. Ja, dann kannst du jetzt gehen. Bist ja fertig. Du hast sie gebraucht und das war's. Geh einfach. Vielleicht ein bisschen ruhiger. Es war grundsätzlich eine sehr seltsame Situation. Eine schwangere Patientin, die von ihrem Ex-Mann in die Klinik gebracht wird, allerdings nicht der Vater ihres Kindes sein soll. Ihre Freundin kam hinzu, war super sauer, schon richtig böse auf diesen Mann. Das hat mich schon sehr verwundert. Doch das Wohl des Kindes stand natürlich an erster Stelle. Ich bin dann am Taxi-Stand in ein Taxi gestiegen und er war halt nun mal der, der da drinne saß. Da werde ich jetzt nicht aussteigen. Der hat mich jetzt hergebracht. Ich musste nichts dafür bezahlen. Der hat mir mit dem Koffer geholfen. Aber ist alles gut. Er war eigentlich ganz entspannt. Keine Diskussionen, war alles super. Freundin Anne ist beruhigt. Schließlich erinnert sich die 38-Jährige noch sehr genau an den Scheidungskrieg, den das Paar gegeneinander ausgefochten hat. Oberste Priorität hat nun aber ohnehin die Gesundheit des Ungeborenen. Wenn jetzt wirklich was pathologisch ist, dass man das Baby kommt, dann leiten wir die Geburt ganz vorsichtig ein. Wie ist denn das mit Ihrem Mann, mit dem Vater? Will der dabei sein, falls sich jetzt hier irgendwas rausstellt? Ja, das wäre jetzt meine Frage, ob ich den vielleicht einmal anrufen sollte, den Mirko, damit der einfach Bescheid weiß, dass er vielleicht gleich irgendwann in den nächsten Stunden Vater wird. Ja, also der ist im Ausland, der ist halt, der ist Pilot und der ist gerade auf dem Weg. Deswegen, aber ich würde das schon gerne selber machen. Ich denke, das ist schon angebrachter, wenn ich ihn dann gleich anrufe. Ja gut, dann mach es halt selber. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt rangehen kann jetzt. Die Ultraschalluntersuchung zeigt, dass Katjas Kind zwar normal entwickelt ist, aber die Herztöne des Babys immer noch sehr schwanken. Gynäkologin Christina Trautner will kein Risiko eingehen und die Werte bis auf Weiteres per Wehenschreiber kontrollieren. So geht? Kann ich so liegen? Ja. Sehr schön. Ja, jetzt ein bisschen besser. Den Arm können Sie auch nicht rauchen. Ich will jetzt mal richtig hier zu mir rüber, auf die linke Seite, richtig rüber. Richtig umbringen, richtig auf die Seite. Popo rausstrecken und hierher. Perfekt. So, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Okay, wir gehen. Wir sehen uns in ca. 20 Minuten. Wenn was ist, wenn Ihnen komisch ist, meldet sie sich bald. Ein unregelmäßiger Herzrhythmus kann dadurch kommen, dass die Plazenta nicht gut funktioniert, dass die Sauerstoffversorgung nicht ausreicht, dass das Kind in irgendeiner Weise mit der Nabelschnur verheddert ist, dass wir nicht genügend Blutzufuhr bekommen. Na, alles gut? Jetzt sitzen Sie im Weg. Oh, oh, ja, ich sehe es schon. Was heißt denn, oh, oh? Ich mache es mal eben ab, dann können Sie sich besser bewegen. Und dann setzen Sie sich am besten mal hoch, damit Sie aus dieser Lage rauskommen. Ja. Kannst du mir mal eben was geben zum Abwischen, bitte? Ja. So, wir haben tatsächlich ein richtig, ja, schlechtes CTG. Oh nein, was heißt das? So. Was bedeutet das? Sie wehen so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das merken. So ganz leicht, das ist nicht schlimm. Aber immer dann geht die Herzfrequenz nach unten. Sehen Sie das? Wir werden sie aufnehmen müssen. Wenn es wiederkehrend der Fall ist, dass das Kind eine Pathologie am Herzen aufweist oder im CTG, dann ist es immer sicherer, ins Krankenhaus zu gehen. Weil dort kann ich mehrfach am Tag ein CTG kontrollieren und ich kann ganz schnell eingreifen, wenn wirklich eine Komplikation da ist. Wenn wir merken, die Frequenz und insgesamt das CTG werden schlechter, dann holen wir es. Dann lassen wir es kommen, leiten die Geburt ein. Das bedeutet, Ihr Mann, der muss kommen. Der sollte sich zumindest parat halten. Ja, ich rufe den gleich selbst an. Dass es losgeht, ja? Okay. Als es für die 39-Jährige schon zwei Stunden später in den Kreißsaal geht, gerät die werdende Mutter vor ihrer besten Freundin Anne immer mehr in Erklärungsnot. So sehr, dass die Verkäuferin sogar noch vor der Geburt zu einem echten Paukenschlag ausholt. Der wird jetzt vielleicht in den nächsten Stunden Vater. Der ist irgendwie nie zu erreichen. Ja, aber ich kann ihn jetzt nicht vom Himmel runterholen. Ja, aber komisch finde ich das schon. Ich habe ihn auch noch nie kennengelernt. Ja, weil der vielleicht auch erfunden ist. Bitte? Ja. Wie? Was? Wie, du hast den erfunden? Wer ist denn dann der Vater, wenn nicht er? Ich will da jetzt nicht unbedingt so drüber sprechen. Ich frage aber, ist irgendwie vielleicht was passiert, was ihr nicht immer wollt? Nein, 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 alles gut, alles schlicht. Nein, 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 nein. Okay. Was das betrifft, ist alles in Ordnung. Ich, äh, es ist halt einfach jemand, den ich liebe, aber wahrscheinlich einseitig. Keine Ahnung, es ist halt einfach blöd. Ich wollte es nicht unbedingt sagen, deshalb habe ich diese ganze Story. Warte mal, warte mal, warte mal. Vor neun Monaten war doch dieses Klassentreffen, ne? Da war doch auch dieser Tim. Hattest du was mit dem? Ähm, eventuell. Ja, jetzt lassen Sie es erst mal gut sein. Ich glaube, es ist einfach nicht der richtige Moment jetzt, ne? Ja. Die Hebamme wartet sowieso. Wir sollten mal nicht warten lassen. Ja, genau. Katja hat ihrer besten Freundin endlich die Wahrheit gesagt. Dabei allerdings ein wichtiges Detail ganz bewusst nicht erwähnt. Schließlich braucht die 39-Jährige jetzt ihre ganze Kraft für die Geburt. Zumal der Herzschlag des Kindes immer noch schwankt. Frau Hässler, wenn die Wehe vorbei ist, bitte einmal auf die andere Seite. Wir müssen erst mal gucken, dass es Ihrem Kind wieder besser geht. Ne, drehen Sie sich jetzt mal um. Jetzt müssen wir leider ein bisschen hier Kniegas geben. Drehen Sie sich mal um. So. Sehr gut. Geht das mit dem Arm? So. Und schön tief in den Bauch atmen. Frau Hässler, Ihrem Kind geht es gerade echt nicht so gut. Das kämpft hier gerade ein bisschen. Kannst du bitte den Frau Doktor anrufen? Die müssen mal reinkommen. Bei dem ungebuchten Kind der Frau Hässler gingen die Herztöne immer wieder runter. Also bei jeder Wehe tatsächlich habe ich so eine Wanne im CTG gehabt, was mir nicht gefallen hat. Ich habe dann versucht, durch Wechsellagerung das Problem nochmal irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber auch da hat das Kind weiterhin bei jeder Wehe mit schlechten Herztönen reagiert, sodass wir da einfach jetzt handeln mussten. Ich komme mal zu Ihnen. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass wir jetzt in schnellster Zeit einen Kaiserschnitt machen. So schnell es geht. So schnell es geht. Ja, Ihr Kind fällt das nicht mehr aus. Nicht mehr lange. Das kann ich sagen. Ich nehme Sie mal mit nach. Der Notfalltokulöse, ich will die Wehen wegspritzen. Das schafft das Kind nicht. Gib mir die Spritze bitte. Ganz schnell. Als ich in den Kreißsaal kam und habe gesehen, wie die Herzfrequenz nach unten ging, in jeder Wehe, wenn das in der Plazenta oder in der Gebärmutter enger wurde, da war für mich klar, es muss jetzt hier eine Notfalltokulöse passieren. Tokulöse bedeutet, Wehen müssen gelöst werden. Sofort Wehenfreiheit, Patientin hochsetzen, Druck weg von der Plazenta und ab in den OP. Was bin ich für eine Freundin, dass sie mir überhaupt nicht vertraut? Und wenn ich jetzt überlege, wenn Sie da vor neun Monaten da auf diesem Klassentreffen was mit dem Tim habe, das könnte schon passen. Das war Ihre Jugendliebe. Ich kenne den auch von früher ziemlich gut. Okay, ja. Ich glaube, ich werde den einfach mal anrufen und werde dem das irgendwie so ein bisschen schonend erklären. Der muss das doch wissen, wenn der jetzt... Ja, natürlich sollte er das wissen, aber ich weiß nicht, ob Sie das vorher mit Ihrer Freundin besser absprechen sollten. Aber das kann ich ja jetzt gar nicht. Denken Sie nochmal drüber nach und dann entscheiden Sie wirklich nach Ihrem Bauchgefühl. Während sich Anna auf ihr Bauchgefühl verlässt und eine Entscheidung fällt, bringt Katja ihren Sohn per Notkaiserschnitt auf die Welt. Drei Stunden später soll es erneut zu Komplikationen kommen, sowohl zwischenmenschlich als auch medizinisch. Das war ein kleiner Schockmoment, ne? Ja, wie geht es meinem Baby? Ist noch auf der Intensivstation, hat noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten und wird da von den Ärzten noch ein bisschen überwacht. In den meisten Fällen geht so eine Anpassungsstörung doch schon, ich sag mal, mit einem Happy End voraus, Gott sei Dank. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass ein Kind ein bisschen länger damit zu knapsen hat. Manche Kinder müssen tatsächlich dann auch intubiert werden und denen geht es dann erstmal wirklich nicht so gut. Was kriegen wir hin? Katja, ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja. Warte mal ab. Okay, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Frage ich mich auch gerade. Hallo. Hallo. Hier ist jemand für Sie. Anna, was ist hier los? Ich habe das für einen schlechten Scherz gehalten, wie du hast ein Kind gekriegt. Tim? Ja, Anna hat mich angerufen und hat gesagt, du liest im Krankenhaus, ich wäre Vater geworden. Ich bin völlig entsetzt, was ist hier los? Ich dachte, das wäre ein Scherz. Wieso ein Scherz? Passt doch alles super zusammen. Ja, aber wir haben verhütet, da kann doch gar nichts passiert sein. Das geht doch gar nicht. Also, wenn ich wirklich der Vater sein sollte, dann will ich gerne dafür bezahlen. Aber ich kann und will da nichts mehr zu tun haben. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Also, ich habe dir das doch alles erklärt. Hallo, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau. Das war ein Seifenspruch. Du bist doch nur eine Frau? Was bist du denn? So, jetzt haben wir mal. Scheiße. Also, das war schon eine wirklich krasse Situation, wie der Herr Stork gekommen ist und wie er sich verhalten hat gegenüber der Frau Hessler. Damit haben wir absolut nicht gerechnet und die Frau Hessler hat das nicht verdient. Weißt du was, du verschwindest jetzt auf diesem Raum mit deiner Frau und ich glaube, es ist auch besser so, dass du nicht der Vater bist. Na, jetzt haben Sie sich zu schnell bewegt. Was ist denn los? Sie hat sich gerade ruckartig bewegt und jetzt blutet es durch. Vielleicht guckst du einfach mal auf die Narbe. Können Sie mal liebfreundlicherweise hier weggehen? Dankeschön. Die Wunde, die kleine Kaiserschnittnarbe, die ist an einer Stelle, ist ein Fädchen offen gewesen. Das musste ich auch nicht nähen, das konnte ich mit dem Klebeverband quasi wieder aneinander machen. Da war in der Mitte eine kleine Ritze. Ich denke, das reicht. Wir haben es jetzt gekühlt hinterher und eigentlich muss das stehen. Die Reaktion des vermeintlichen Kindsvaters liegt Freundin Anna auch eine Stunde später noch schwer im Magen. Die 38-Jährige will der frisch gebackenen Mama weiterhin als seelische Stütze zur Seite stehen. Aber das scheint bereits jemand anderes übernommen zu haben. Gehen wir mal rein. Das geht weiter auf, ne? Ja, war es auf jeden Fall. So. Frau Hessler? Frau Hessler? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht alleine zur Toilette sollen. Ich bin allein. Katja? Ja? Ist da jemand bei dir? Äh, vielleicht. Frau Hessler, machen Sie mal auf. Ist das gleich? Ja, kommen Sie mal raus. Okay. Kommen Sie mal raus. Hallo. Okay. Nee. Hi, grüß dich. Sorry, was machst du denn hier? Ähm. Vielleicht gehen Sie mal, genau, gehen Sie mal hier. vorbei. Frau Hessler, Sie sollen nicht alleine aufstehen, ne? Ich, ja, ich musste dringend auf Toilette und er war gerade da. Er hat Ihnen jetzt geholfen. Ja, machen Sie aber langsam, ne? Katja, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Aber sie braucht ja Hilfe. Ja, was machst du hier? Ich meine, so generell gesehen. Vorsichtig, den Bauch festhalten, ne? Halt mal fest. Ja, aber warum? Ja, man kennt sich und da ist ja noch was vorgefallen. Ähm, weiß nicht, würdest du es sagen oder muss das gesagt werden? Seien wir jetzt wieder zusammen oder verstehe ich hier gerade völlig was falsch? Ja, wir hatten auf jeden Fall noch einmal Sex und... Und was ist das Resultat? Ich muss auch echt zugeben. Also, ich... Wir gehen davon aus, dass das das Resultat ist. Für mich war es auch mehr als nur Sex. Hallo. Das Problem ist eigentlich, äh... Ich dachte, es ist genau andersrum. Dass, äh, ich halt so viele und du eben nicht. Du hast auch Gefühle für ihn. Ach, guck mal. Ey, Leute. Das ist doch super. Macht, was ihr wollt. Ich meine, ist ja im Prinzip eure Sache. Aber ganz ehrlich, Katja, so ein Scheidungstrick, das mache ich nicht nochmal mit. Ein Kind zu bekommen und nicht zu wissen, wer von zwei möglichen Vätern der leibliche Vater ist, ist natürlich für alle eine große Belastung. Wichtig ist allerdings, dass das Kind nicht darunter leidet und dass ein Vaterschaftstest durchgeführt wird, der bringt den alles dann Ruhe und Entspannung. Sie machen einen Vaterschaftstest in nächster Zeit, dann können Sie das alles in Ruhe klären und jetzt bitte ich erst mal um Ruhe. Guck mal, da kommt auch noch ein Baby. So. Auch das noch. Oh nein. Da kommt es langsam, langsam mit dem Bauch, ganz langsam. Machen Sie nicht so. Ich vergesse das so ein bisschen und dann holt es mich wieder ein. In diesem Fall ging dann Gott sei Dank alles gut. Es kam der Anruf von der Kinderintensiv recht schnell, dass wir das Kindchen abholen können. Für die Mutter immer schade, auch fürs Kind, weil das Bonding nach der Geburt, also dieser enge Hautkontakt nicht stattgefunden hat und das tut mir immer unglaublich geil. Das kann man aber alles nachholen und wie wir hier gesehen haben, gab es wirklich ein Happy End. Die Mama hat sich sehr auf ihr Kind gefreut und hat es auch wirklich liebevoll empfangen. Ich zeige jetzt mal, was das Allerwichtigste, was dieses Baby hatte, ohne das können wir es nicht versorgen. Das ist eine Nabelschnur, aber diese hatte einen Knoten. Genau, das ist ein echter Nabelschnurknoten. Ein Knoten und dieser Knoten, guck mal, hier geht Blut und Sauerstoff durch, von der Plazenta zum Kind. Ein Knoten in der Nabelschnur bedeutet, die Blut- und Sauerstoffversorgung, die ja von der Plazenta zum Kind geht, die ist nicht gewährleistet. Das kleine Rohr, das Nabelschnur heißt, ist einfach durch den Knoten deutlich enger als üblich. Und das hat dann in dem Fall dazu geführt, dass die Herzfrequenz vom Kind immer runterfiel, wenn die Gebärmutter enger wurde und weniger Sauerstoff von Gebärmutter zum Kind kam. Klären Sie mal mit den Kerlen den ganzen Krempel und dann entscheiden Sie sich für den und den Knoten Sie fest, bis der Alten raus sind. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns morgen. Sie sind lieb und Sie sind ja auch freundlich. Alles klar. Tschüsschen, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Die 39-Jährige und der Baby konnten die Klinik bereits nach einer Woche verlassen und sind wohl auf. Katja und ihr Ex-Mann Steffen, der tatsächlich der Vater des Kindes ist, wollen ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Die kleine Familie ist überglücklich. Patentante Anne ebenfalls.